Ja, renn du mal. Na, das ist ne scheiß U-Bahn. Oh, ich hab da mich. Ja, komm. Die jenerin, ja. Ah, seh durch. Oh, hörst du mich? Oh, gute Nacht. Ich komme zu dir. Hm. Na, komm mal. Ja, das haben wir lieber nicht gemacht. Ah, du bist da unten. Super. Ah, scheiß Fischer. Das ist eh. Dann war das eine Action, ja. Ja. Lade nach. Kontakt. 2 Uhr. Sanitärer. Sanitärer hierher. Das gehen dann nicht jeder hier. Ah, einer, ja. Wir wollen aber alle. Wacken wir hier die Bude ab, älter. Wacken wir hier die Bude ab, älter. Wie ist die Lage? Die Lage ist scheiße. Ah, hier hast du ne Granate. Boah, die hat hier sessen. Geil. Weiter geht's, Alter. Da. Oh, der Sanitärer kann ja nicht mehr helfen. Moha. 12 Uhr. Okay. Granate. Besichert. Besichert. Ah, wir klären nicht so. Ah. Oh, der Sanitärer. Wir haben einen Verlust. Ah, wir haben einen Verlust. Na, oh, boah. Noch einer. Sag mal. Ach. Jetzt nischt mehr. Dann mal hier folgen sie Gideon, stoßen sie wieder zu Gideon, gelangen sie zum Krankenhaus. Okay. Da fand ich die andere Mission aber echt interessanter. Die war der Feuerzock da. Sicher. Der Krankenhaus noch 100 Meter entfernt. Schieb. Alles klar. Joker, gib uns Deckung. Schieb. Sieh. Die sind hier. Er. Oh, shoot, shoot, shoot! Oh, no! Ja, scheiß nach gerade hier. Oh, unheimlich, ruhig. ja den kriegen wir schon nehmt noch alle tassen im schrank naja den scheiß blindgranate schmeißt ja die einfach das war gar nicht her das waren ja die 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 so sind wir jetzt hier durch meine scheiße hätte hier auf ich mach das auf meine art was kommt mit du Arsch einfach nur BIM ja das sagen sie alle und dann fangen sie an zu schreien glauben sie das ändert was sie wissen nicht wozu er fähig ist wir sind alle tot nicht heute einpacken und mitnehmen mit Vergnügen Mitchell zu mir auf jetzt die Prüfmarke nicht was müssen wir jetzt machen kommen sie mit dem Doktor sehr sehr schön das halt auch eine schöne Miene Granata sehr schön Hier hat er gesessen. Was? Wir haben wohl keine Wahl. Verdammt, was war das? Keine Ahnung. Auf die Bikes, los! Alle haben sie keine Ahnung. Hm, ich auch nicht. Oh, ne, ist klar, Alter. Machen wir uns platt hier. Hm, ich kann nicht fahren. Oh, ich kann nicht fahren. Oh, Hammer. Das war... Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ah, wir brauchen... ...nur mit dem Aussteuern. Verdammte Scheiße, ey. Eine... ...beschüssene Steuerung. Das war's. Da ist das Tor. Komm dran. Dann aber schnell, Mann. Kommt der Scheiße, Alter. Profit, Ziel ist in Sicherheit. Bring ihn zur Befragung. Geh dir ein Ende. Na, die wollen nicht aber wissen, ey. Wirklich. Aber schön. Die haben Dr. Pierce Darno ist gefangen genommen. Die rechte Hand von Hades. Wer wird zum Verhör... ...hergebracht? Na, dann machen wir schnell noch hier die Verbesserung. Wie viel haben wir noch? Ehen. Machen wir schnell das Zielen. So. Würde ich sagen... Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, äh... Wurde ich sagen. Weingauen. Bis zum nächsten Mal. Ü� mal. Auf Wiedersehen. Das war's. Na. Du kommst. Es war zwar nicht so richtig. Ich bin vielen års verdammt. Warte frisch daran. Doktor. Bis zum nächsten Mal.